Reichweite, Länge, Lademöglichkeiten, alles wichtige Faktoren für ein Fahrzeug, vor allem für ein Elektrofahrzeug. Und hier wollen wir ganz komprimiert die technischen Daten des MG Marvel R zusammenfassen. Bevor wir gleich richtig durchstarten und uns um die technischen Daten des MG Marvel R kümmern, nochmal der Hinweis, wir haben sowohl ein Kurzporträt, also eine Kurzvorstellung, als auch ein komplettes Review über das Fahrzeug schon gedreht. Die Videos sind hier verlinkt und ihr könnt da direkt drauf springen. Elektroauto, automatisch, erste Frage, wichtigste Daten, Batterie und Reichweite. Wie sieht es da beim MG Marvel R aus? Ja, wir haben eine Batterie verbaut von 70 Kilowattstunden Kapazität, nach WLTP-Zyklus eine Reichweite von 402 Kilometer, also durchaus eine weite Strecke, die man mit diesem Fahrzeug zurücklegen kann und ja, passt. Perfekt, ja. Dann gibt es, glaube ich, unterschiedliche Leistungsstufen, so ein bisschen abhängig von Heckantrieb, Allrad, was man da möchte. Was gibt es denn da? Ja, wir haben zwei Varianten beim MG Marvel. Zum einen die Variante mit Heckantrieb, da haben wir 180 PS, was wir da unter der Haube quasi haben. Das sind zwei Motoren, die dort links und rechts einzeln angesteuert werden können. Beim Allradantrieb kommt vorne noch ein 80 kW Motor mit dazu. Das heißt, eine Gesamtperformance, die wir dann haben in der Variante Performance von 288 PS. Ja, also schon richtig Power. Ich finde es super interessant, das, was du schon gesagt hast, mit diesem unterschiedlich ansteuern. Also auf der Hinterachse, ich glaube, ein 80 kW Motor und ein 250 kW Motor. Und für den Normalbetrieb verwendet er diesen 80 kW Motor auf der Hinterachse. Und wenn ich das Gaspedal entsprechend fordere, dann schaltet er einfach den zweiten Motor auf der Hinterachse mit dazu. Und beim Allradspiel der dritte Motor vor der Achse dann in diesem Dreierspiel zusammen. Also super innovative Technik. Ich finde es wirklich interessant. Und auch das sorgt dann dafür, dass der Verbrauch entsprechend, aus meiner Sicht, super attraktiv ist für so ein großes Auto. Wie ist der angegeben? 19,4 kWh pro 100 km. Ich sage mal, in der Realität landen wir da knapp über 20 kWh. Kommt immer ein bisschen auch auf Winter, Sommer etc. an. Die E-Pioniere unter euch, die wissen das ja sicherlich schon. Ja. Aber der Verbrauch ist durchaus so, wie er auch von MG beschrieben hat. Ja, also auch da zu dem Thema Winterbetrieb, Elektroauto, haben wir ja auch schon ein Video gemacht. Das können wir auch hier nochmal verlinken. Ich finde auch diese 19,4 in der Realität natürlich nicht immer zu erreichen. Das wissen wir alle. Aber trotzdem, um Fahrzeuge miteinander zu vergleichen, ist natürlich trotzdem ein Anhaltspunkt. Und da die Größe, das Gewicht, was man da bewegt, ist das ein absolut ernstzunehmender und interessanter Wert. Der hat dann letztendlich auch die Reichweite generiert, logischerweise. Ja, dann was gibt es sonst so für Schlüssel, Daten, Beschleunigung, Geschwindigkeit? Manche Elektroautos sind irgendwo abgeriegelt. Wie sieht es da beim MG Marvel R aus? Ja, also als Höchstgeschwindigkeit werden die 200 Kilometer pro Stunde angegeben. Ich sage mal, das sollte man nicht allzu lange auf der Autobahn dann auch fahren, weil dann entsprechend der Akku sich leer zieht. Ja, dann ist der Verbrauch ein anderer. Aber gemütliche 120, 130 kmh mit dem verbauten Tempomat, denke ich, überhaupt gar kein Problem. Und dann kommt man auch von der Reichweite her wirklich weit. Okay, perfekt. Also 200 Stundenkilometer, also auch das, man kann auch Gas geben. Ja. Außenmaße, Länge, Breite, Höhe, was sind da die Kennzahlen? Flaggschiff von MG haben wir schon angesprochen. Dementsprechend auch das längste und größte und breiteste Auto von MG, was wir haben, mit einer Länge von 4,67 m, einer Breite von 1,91 m und die Höhe, ein kleines bisschen kleiner als wir, liegt bei 1,61 m. Okay. Zulässiges Gesamtgewicht, immer interessant. Er liegt bei 2,3 Tonnen. Interessant bei diesem Fahrzeug ist auch, dass wir eine Anhängelast haben von 750 Kilo. Ja. Also auch für die Hobbyhandwerker, die ab und zu zum Baumarkt fahren, kleiner Anhänger ohne Probleme. Perfekt. Und Anhängerkupplung wird immer bei uns nachgerüstet, das heißt, da können wir ganz individuell, auch wenn ein Auto schon da ist oder ist schon in der Anlieferung bei uns, ist das einfach nachrüstet. So sieht es aus. Übrigens auch der, der schon einen fährt und das nachträglich machen möchte, kein Problem, können wir gerne tun. Ja. Ja. Dann würde ich nochmal das Thema Kofferraumvolumen, auch für viele ein Schlüsselfaktor, was haben wir da? Also das Spannende bei MG und damit fange ich gleich mal an, das ist vorne der Frank. Also ich habe vorne auch die Möglichkeit, 150 Liter Kofferraumvolumen in Anspruch zu nehmen. Hinten, ich habe es probiert mit einer Sporttasche, da bekommt man auch ordentlich was rein. In konkrete Zahlen sind es 357 Liter. Wir können alle Hintersitze umklappen und kommen da auf ein Kofferraumvolumen von 1396 Liter. Also hinten und vorne in Kombination wirklich auch so, dass ich sehr viele Staumöglichkeiten habe. Ja, also ein Kofferraum hinter oder die Rücksitzbank, ein Drittel, zwei Drittel, alles wie man es kennt. Ja, da gibt es keine Veränderung. Letzter Punkt und das ist natürlich auch für ein E-Auto immer spannend, laden. Wie kann ich das Auto laden? Wie schnell kann ich laden? Was sind da die Schlüsselwerte? Auch da haben wir schon oft darüber informiert, der Unterschied zwischen Wechselstrom laden und Gleichstrom laden. Beim Wechselstrom AC laden können wir dreiphasig, das heißt mit 11 kW Leistung laden. Und beim Schnellladen auf Gleichstrombasis sind wir sogar unterwegs mit 92 kW, wenn es die Ladestation kann. Das heißt, auch hier haben wir wirklich die Möglichkeit, innerhalb von 6,5 Stunden über Nacht das Fahrzeug wieder auf 100% zu bekommen. Ja, also über AC und beim Schnellladen geht es natürlich volle Pulle in einer Dreiviertelstunde irgendwo 0 auf 80 hoch. Ja, also das Laden, voll konkurrenzfähig sozusagen, auch da macht man keine Abstriche. Als letzter Punkt noch das Thema Vehicle to Load. Was ist denn das und kann er denn das? Also Vehicle to Load bedeutet, dass ich auch ein kleines Kraftwerk immer auf der Straße mit dabei habe und mein Fahrzeug nutzen kann, um andere Verbraucher zu laden. Wir denken da im Sommer zum Beispiel an eine Eiswürfelmaschine für die nächste Cocktailparty oder wir denken da an Elektrogrill. Das Fahrzeug kann das mit einer Leistung von 2500 Watt. Also ja, ich habe es mal ausprobiert mit einem Glühweintopf, hat super funktioniert. Und vielleicht habt ihr da noch ein paar Ideen mehr, wie man das Ganze nutzen kann. Das könnt ihr ja mal in den Kommentaren da lassen. Ja, also ich habe es probiert tatsächlich mit einem E-Bike. War auch ganz cool. Da hat man ja auch immer die Situation, wo kann ich dann mal nachladen, wenn man eine Tour gemacht hat. Und tatsächlich habe ich dann mein Auto genutzt, um das E-Bike wieder aufzuladen. Also coole Sache, Vehicle to Load kann er auch. Auch das mal so kurz zusammengefasst, alle technischen Highlights vom MG Marvel R. Wenn ihr, wie gesagt, noch mehr wissen wollt, dann am besten das große Review anschauen. Da gehen wir wirklich auf alles ein, zeige den Frank Frank vorderen Kofferraum, denn die Sitze innen drin, das Interieur, die Haptik versuchen wir euch zu beschreiben. Also gerne weiterklicken und das nächste Video anschauen. Ansonsten freuen wir uns über das Abo, über den Like und die Kommentare. Wie gesagt, wir sind daran interessiert, euch alle Fragen zu beantworten. Deshalb lasst uns da und dann hört ihr von uns. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.